Ich bin einer der politischen Sekretäre der Geschäftsstelle in der ProWupper. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren in mehreren Betrieben das Projekt Arbeit 2020 durchgeführt und geleitet. Wir haben da gute und schlechte Erfahrungen gemacht, aber die guten Erfahrungen haben wir immer dann gemacht, wenn wir sozialpartnerschaftlich mit dem Arbeitgeber zusammen konstruktive Lösungen gefunden haben, um auch Arbeitsplätze zu sichern, auch für die Zukunft. Es gibt auch andere Fälle, dort wo es nicht sozialpartnerschaftlich mit dem Arbeitgeber funktioniert hat, hatten wir immer wieder große Probleme, diese Dinge konstruktiv durchzusetzen, die wir dann auch in den Workshops an Verbesserungen gefunden haben oder an Veränderungen, die nötig sind, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Ich wünschte mir von der Politik an der Stelle viel mehr Handlungsspielraum, um das Gute, was wir in den letzten anderthalb Jahren in den Betrieben in der Region durchgeführt haben, auch weiterzuführen. Und ich glaube, dann werden in vielen Betrieben die Zukunft gesichert und auch die Beschäftigung. Vielen Dank.